Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Uhrenfieber. Heute mal nicht am Sonntag, sondern ein Mittwochsvideo. Ich dachte mir, ich mache für euch hier mal schnell ein Video, da wir morgen und übermorgen den bekannten Singles Day Sale bei AliExpress haben. Also der gute 11-11 Sale, der geht vom 11. November bis zum 12. November. Und ja, das ist so der größte Sale des Jahres bei den Chinesen. Und da sind üblicherweise die ganzen Uhren, die ich immer auf dem Kanal hier vorstelle, deutlich reduziert. Und deswegen ist es sehr interessant, wenn man gerade auf der Suche nach einer solchen Uhr ist, dass man in diesem Zeitraum zuschlägt. Ich habe euch mal meine 15 interessantesten Ideen, die 15 spannendsten Uhren in diesem Sale hier rausgesucht. Wir beginnen jetzt erstmal mit den ganzen Pagani Design Uhren. Als erstes hätten wir hier die Pagani Design PD 1709. Das ist wieder mal eine Hommage an eine Tudor Black Bay. Allerdings, so ziemlich vom Optischen her, auf jeden Fall hochwertiger als die vorhergegangene Version, die ich bereits vorgestellt habe. Zum Beispiel, das Armband wirkt super hochwertig. Das sieht aus, als wäre das ein fünfteiliges Band, wo man hier außen also nochmal diese hochglänzenden Anschlussstücke hat, wie man es zum Beispiel von San Martin kennt. Also optisch erstmal eine sehr, sehr spannende Uhr. Es gibt übrigens dann auch eine schwarze Variante. Die wird mit schwarzer PVD-Beschichtung ausgestattet sein. Aber erstmal eine sehr spannende Uhr auf jeden Fall. Liegt normalerweise preislich, so wie ich das jetzt gesehen habe, bei 150 Euro. Und jetzt hier beim Single-Stay Sale, beim 11-11 Sale, bei ungefähr 120 bis 130 Euro. Der, ja, ist der Preis auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück runtergegangen. Die Uhr hat einen 42mm Gehäusedurchmesser. Ja, genau, hier kann man es sehen. 48mm Lack-to-Lack und ist relativ dick mit 14,5mm Höhe. Also keine kleine Uhr, aber optisch auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Was ganz interessant ist, Pagani Design und viele andere chinesische Hersteller setzen aktuell wenig das Seiko NH35A ein, sondern nutzen im Moment sehr oft das Miota 8215. Das soll wohl daran liegen, dass die Seiko-Werkte aktuell nicht lieferbar sind. Ich meine, das kennen wir ja aktuell aus vielen Branchen, seien es jetzt Haushaltsgeräte oder Autoteile. Im Moment hat man ja echt Probleme in den Lieferketten und das hat scheinbar auch Seiko getroffen. Deswegen findet man da im Moment immer Miota-Werke. Ganz interessant, aber ich denke, mit den Miota-Werken macht man so auch erstmal nichts falsch. Ja, das wäre die erste Uhr, dann geht es mit Pagani weiter. Dann haben wir von Pagani Design die YS005. Das ist eine Hommage an eine Omega Seamaster 300. Eine sehr spannende Uhr, die werde ich mir auf jeden Fall ordern. Finde ich optisch sehr ansprechend. Gibt natürlich auch wieder verschiedene Farbvarianten. Ich denke, ich werde mich hier für die klassische schwarze Variante entscheiden. Hier mit dem schönen Vintage-Lumen, mit dieser Vintage-Beigen-Leuchtmasse sieht das echt wieder sehr schön aus. Ja, wir haben ja ein 41er-Gehäusedurchmesser, also durchaus so ein Mittelweg zwischen 40 und 42. Sollte auf jeden Fall gut tragbar sein. Auch hier ist, glaube ich, wieder das Miota-Werk verbaut, wenn ich mich nicht täusche. Ja, auch eine spannende Uhr. Und wie wir hier sehen, preislich auch durchaus sehr interessant im Vergleich zum normalen Preis. Allgemein sind die Uhren ja in letzter Zeit relativ teuer geworden. Auch dafür gibt es Erklärungen. Zum einen ist ja jetzt hier inzwischen die Einfuhr-Umsatzsteuer berechnet. Hier steht jetzt Mehrwertsteuer, aber eigentlich ist es ja die Einfuhr-Umsatzsteuer. Das hat den Preis ein bisschen teurer gemacht. Und die Transportkosten sind deutlich teurer geworden. Ich meine, ich habe letztens in einer Statistik gesehen, dass die Überseekontainer sich verachtfacht haben vom Preis. Also das ist sicherlich auch ein Grund, warum die Preise allgemein bei den chinesischen Uhren etwas angezogen sind. Ja, weiter geht's mit der nächsten Pagani. Hupp, da sind wir schon unten gelandet. Das ist die PD 1693, die Hommage an die Steve McQueen Explorer II. Habe ich ja letztens vorgestellt. War ich sehr begeistert. Eine sehr hochwertige Uhr. Superschönes Design. Macht man auf jeden Fall nichts mit falsch. Und bei um die 100 Euro, denke ich mal, ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann die Pagani Design PD 1690, die klassische Oyster Perpetual Hommage von Pagani Design. Habe ich ja in zwei Varianten vorgestellt. Ich habe ja ein ausführliches Video zu dieser schwarzen Variante gemacht, aber auch zu dieser silbernen Variante. Beide sehr schöne Farben. Und inzwischen gibt es noch deutlich mehr Ziffernblattfarben. Finde ich ganz spannend. Diese sogenannten Stellar Dials, so nennt man es ja bei Rolex, diese pastellfarbigen Töne hier. Die hat Pagani Design jetzt auch im Angebot. Hier einmal in hellblau und einmal in gelb. Sicherlich nicht uninteressant. Kostet jetzt also auch noch mal ein ganzes Stück weniger die Uhr. Ja, kein schlechter Kauf. Die gleiche Uhr gibt es von der Konzerntochter Benjar. Pagani und Benjar gehören ja zusammen. Das habe ich ja schon mal erklärt. Die Benjar kostet jetzt etwa die Hälfte. Hat allerdings interessanterweise die gleichen Gehäuseabmessungen. Ist in diesem Fall auch nicht dick. Also ist auch 11,7 Millimeter dünn. Normalerweise sind die Benjar-Uhren immer ein ganzes Stück dicker als die Pagani. Äquivalente. Ist in diesem Fall nicht so. Also optisch auch erstmal nicht schlecht. Wo man natürlich immer drauf achten muss. Oft ist es so, dass diese Gehäuse bei Benjar aus Kostengründen nicht poliert sind, sondern mit so einer Chrombeschichtung, mit so einer PVD-Chrombeschichtung beschichtet sind. Und ja, das schreckt einige Leute ab. Dafür ist die Uhr natürlich günstiger. In dem Fall ist aber auch kein Miyota-Werk verbaut. Oder ein Seiko-Werk, sondern ein chinesisches Siegelwerk. Das Siegel ST6. Aber ganz ehrlich, Siegel baut auch ganz gute Werke. Und was spannend bei dieser Uhr ist, hier gibt es auch diese ganzen schönen Farben. Und hier gibt es auch eine grüne Version. Das finde ich schade, dass Pagani selbst die grüne Variante nicht im Angebot hat. Die gibt es jetzt hier nur bei Benjar. Also optisch auch erstmal eine spannende Uhr. Von der Qualität kann ich jetzt erstmal noch nichts sagen. Die Uhr habe ich leider noch nicht in der Hand gehabt. Dann bleiben wir mal bei dieser Variante von Uhr. Dann gibt es von Pagani Design jetzt eine weitere neue Uhr. Das ist die PD 1715. Die dürfte äußerlich der PD 1690, wenn wir das hier nochmal vergleichen, aber sehr, sehr ähnlich sein. Ich denke, das wird vom Gehäuse her dieselbe Uhr sein. Man hat hier natürlich einen Unterschied, dass man jetzt hier das Band in der Mitte poliert hat. Das ist bei der Pagani nicht der Fall. Da ist das Band, also bei der 1690 nicht der Fall, da ist das Band ja komplett geschliffen. Bei dieser Variante, bei der 1715, ist es in der Mitte poliert. Und wir haben natürlich diese Palmen-Optik. Die gibt es ja beim Original, bei der Rolex natürlich auch. Und Pagani Design hat sich jetzt dieses Design auch mal hier überlegt. Gibt es übrigens von Cadizan auch, wer sich dafür interessiert. Aber ja, sicherlich optisch ganz interessant. Finde ich spannend. Würde mich auch mal interessieren, wie das so im echten Licht aussieht. Vielleicht wird es da auch mal eine Vorstellung zu geben. Ja, weiter geht es. Noch eine Pagani Design Uhr, die meiner Meinung nach jetzt auch absolut spannendste Pagani Design Neuerscheinung. Das ist die Pagani Design PD 1701. Und unverkennlicherweise ist es eine Hommage an die Moonwatch, an die Omega Speedmaster. Ja, eine super schöne Uhr. Ich habe mir schon ewig eine Speedmaster Hommage vom Pagani Design gewünscht. Und preislich jetzt im 11-11 Sale auch ziemlich attraktiv. Die werde ich definitiv bestellen. Ich werde mich hier für die ganz klassische schwarze Variante entscheiden, so wie sich das gehört. Die Vintage-Variante und die weiß-blaue Variante sehen aber auch nicht schlecht aus. Was mich besonders interessiert, ist das Band. Das ist mal was ganz anderes. Kennt man von Pagani so noch gar nicht. Ja, sieht so aus, als hätten wir geschwungenes Saphir-Glas hier drauf. Was man sagen muss, es ist kein Automatikwerk verbaut. Es ist das Seiko VK 63. Na, hier steht es jetzt gar nicht, aber das habe ich schon in Erfahrung gebracht. Das Meckerquartz-Werk verbaut. Aber damit habe ich bisher nie schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist ja auch in den ganzen Daytona-Hommage-Uhren verbaut. Und ich denke, dass das ein gutes Werk ist. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf diese neue Speedmaster-Hommage von Pagani Design. Nein, übrigens laut Angaben 40 mm Gehäusedurchmesser sollte für meine dünnen Handgelenke also auch optimal geeignet sein. Ja, das ist die bisher wirklich spannendste Uhr in meinen Augen. Dann haben wir hier noch Klassiker von Pagani Design. Zum Beispiel diese PD 1662, die GMT Master 2 Hommage. Auch hier haben wir einen sehr, sehr guten Rabatt. Übrigens gibt es dann hier auch noch diese ganzen Coupons. Da muss man mal gucken. Manchmal geht dann da nochmal ein bisschen was runter. Das muss man individuell einfach mal ausprobieren. Die ganzen Links zu den Uhren sind natürlich unten in der Beschreibung. Und dazu kann man sagen, dass die Variante, die PD 1662, verbessert wurde, was ich gelesen habe. Also die Lunettenaktion soll besser geworden sein und das Band soll auch nochmal verbessert worden sein. Habe ich mir selber noch nicht angeschaut in der neuen Ausstattungsvariante hier. Aber ja, auch eine sehr spannende Uhr auf jeden Fall. Dann ein super schönes Öhrchen, die San Martin 6200. Eine Hommage an die Vintage Submariner von Rolex. Zu dieser Uhr möchte ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Dazu gibt es morgen ein Video. Ich habe die Uhr mir schon vor einiger Zeit geordert und ja, habe für morgen mal ein Video vorbereitet. Ist hier auch deutlich reduziert. Also wer sich für diese Uhr interessiert, da lohnt es sich jetzt, denke ich mal, ganz gut zuzuschlagen. Ich kann euch schon mal vorweg nehmen, eine wirklich wunderschöne Uhr. 38 mm Gehäusedurchmesser und super verarbeitet. Echt ein wahres Schmuckstück. Weiter geht es dann mit San Martin mit einer sehr interessanten Uhr auch. Das ist die Hommage an die Rolex Explorer. Beziehungsweise auch Oyster Perpetual. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal, wie ihr hier seht, die 39 mm Version und eine 36 mm Version. Das Besondere ist, dass diese Uhren limitiert sind. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Auflage die Limitierung vorliegt. Also wie viele Stück produziert werden. Allerdings denke ich, dass der Preis dann durchaus etwas steigen könnte. Und ja, optisch sieht die Uhr auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut aus. Also ich denke, wer sich da für interessiert, wer vielleicht nochmal etwas mehr ausgeben will als für die Pagani Design. PD 1690 ist ja auch eine sehr, sehr schöne Uhr. Aber ich denke, dass die San Martin da auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen wird. Ja, das wäre es zum Thema San Martin. Dann eine Uhr von einem Hersteller, den ich bisher noch gar nicht kenne. I&W Carnival. Eine Uhr im Gerard-Genta-Stil. So ein bisschen an Hublot und AP orientiert. Aber keine klare Hommage an ein Modell, würde ich jetzt sagen. Also schon auch etwas eigene Interpretation mit drin. 42 mm Gehäusedurchmesser. Ich denke, das ist eine recht passende Größe für dieses Design. Und ja, optisch sieht die Uhr echt spannend aus. Also die wirkt sehr hochwertig. Würde ich mir vielleicht auch mal ganz gerne anschauen. Finde ich spannend. Ist ein neuer Hersteller. Ja, warum nicht? Also sieht auf jeden Fall so schon mal sehr interessant aus. Vom selben Hersteller gibt es dann auch noch diese Taucheruhr-Hommage. Auch da ist es keine klare Hommage an eine spezielle Uhr. Da haben wir natürlich Design-Elemente aus verschiedenen Uhren drin. Aber auch diese Uhr sieht nicht schlecht aus. Hat dann ein 41 mm Gehäusedurchmesser. Ja, bin ich mal gespannt, ob man dazu in nächster Zeit was findet. Vielleicht stelle ich sie auch vor. Das muss ich mir noch überlegen. Aber ja, auch eine schöne Uhr hier in der grünen Variante, in blau oder in klassischem schwarz. Auch hier in einer komplett schwarzen Variante. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Da würde ich mich wahrscheinlich für die grüne Variante entscheiden. Aber ja, vielleicht auch ganz interessant und preislich natürlich auch wieder ordentlich reduziert. Dann eine weitere neue Uhr, dieses Mal von Panis. Eine weitere Explorer 2-Hommage. Die habe ich euch ja von Pagani Design bereits vorgestellt. Die Besonderheit bei der Panis-Version ist allerdings, dass wir hier einen Gehäusedurchmesser von 40 mm haben. Ja, die Pagani Design hat 42 mm, war mir persönlich ein kleines bisschen zu groß. Da finde ich die Panis deutlich interessanter. Ich finde 40 mm passender für diese Uhr. Und deswegen wäre das jetzt bei der Explorer 2-Hommage erstmal so, natürlich ungesehen, ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt, wäre das erstmal meine Empfehlung. Denn ja, 40er Gehäusedurchmesser finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Auch das eine Neuerscheinung und sicherlich nicht ganz uninteressant. Gibt es natürlich auch verschiedene Varianten, auch hier im Jubiläe Band konfiguriert. Da finde ich die klassische Variante hier in weiß aber sicherlich am passendsten. Dann eine Uhr, die letztens schon mal bei mir in diesem Angebote-Video drin war, eine ZAR-Bomber. Die wollte ich immer mal ausprobieren, immer mal bestellen. Ich habe mich aber noch nicht ganz durchringen können, denn die Uhr ist riesig groß. Ich habe die Daten jetzt gerade gar nicht im Kopf, könnt ihr ja hier schauen. Das ist ja unten immer hier in den Beschreibungen drin. Aber optisch sieht die Uhr natürlich ziemlich cool aus. Das ist eine Richard-Mill-Hommage, ganz klar. Es gibt hier ganz viele verschiedene Farbvarianten. Ich finde gerade hier diese Varianten mit dem dunklen Gehäuse sehr interessant. Aber ihr seht da schon, das ist ein richtiger Klotz. Also da hat man schon so einen halben Backstein am Arm. Und ihr kennt meine Handgelenke. Das ist eigentlich für mich eine ungeeignete Uhr. Wenn ihr trotzdem mal die Uhr sehen wollt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare für ein Video. Vielleicht lasse ich mich da doch nochmal durchringen, dass ich sie mal bestelle. Mal schauen, aber jedenfalls preislich. Im Moment dann auch ganz interessant. Und die letzte Uhr aus der Liste ist eine Uhr, die ich ja bereits vorgestellt habe. Die Day-Date-Hommage von Caddison. Heute habe ich sie nochmal mit ins Video genommen. Ich hatte ja damals hier diese Vollgold-Version. Es gibt jetzt allerdings eine Version mit so einem Frosted-Dial, also mit so einer Frost-Optik. Ich finde, das Ziffernblatt sieht super schön und interessant aus. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, nochmal so eine Neuerscheinung von Caddison. Ich finde, in dieser Konfiguration ist das auch die schönste Caddison Day-Date-Hommage. Diese grüne Variante sieht ja zum Beispiel auch sehr schick aus. Aber ich finde, dieses Frosted-Dial, das macht doch echt einiges her. Ja, das soll es dann auch schon wieder zu diesem Video gewesen sein. Ich habe mich hier dumm und dusselig geredet. Ich hoffe trotzdem, dass es für euch ganz interessant war. Vielleicht ist ja für euch was ganz Interessantes hier an den Uhren dabei. Wenn ihr noch weitere Angebote gefunden habt, die besonders spannend sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und in dem Sinne bis zum nächsten Video hier bei Uhrenfieber, was ja dann, wie bereits angekündigt, schon morgen kommen wird. Ja, bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.